Heilige! Wuhu! Ey, dagegen kann ja Gordon Freeman einpacken mit seiner Lame-Gravity-Gun. Ey, ich hab einen riesen Mechosaurier, der mehr Kampfkampf hat als die halbe US-Armee. Ja, komm, Bratwurst, Mann! Haha! Wie geil ist das? Wuhu! Na, Jungs, wo seid ihr? Ah, ich krieg euch alle! Mal im Ernst, dieses Teil ist mörder-cool. Nehmt ihr noch irgendwas? Ah, da drin! Yeah! Uhuhuhuhu! Ein blutiges Skelett! Das ist ein wirklich toller Familienurlaub. Sowas buche ich irgendwie auch mal. Wo kann man das machen? Gehen wir weiter. Hehehe! Darf ich den behalten, Ishii? Bitte, 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 bitte! Okay, ich fass das mal als ein Ja auf. Ja, ja, das Leben kann so einfach sein. Oh. Oh. Aber dennoch sollte ich nicht vergessen, mich ab und ab mal zu verstecken. Oh, oh. Jetzt zum Beispiel. Auja. Das brutalste Spiel aller Zeiten. Ups, ich hab da etwas kaputt gemacht. Oh, guck mal. Tja, die Jungs wurden gegrillt. Ja, und, und ich? Sie umgehen uns. Deck unsere Flanke. Leif an, mein Schoß, Tierchen. Bring Tod und Vernichtung über die Menschen. Frühstücksbrei. Oh. 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 Ich bin ein Roboter, aber nicht 20 Meter groß. Und ich schmeiß hier eine Party rund um die Uhr. Holt euch einen Roboter, wir gehen auf Metzeltour. Wurdest du bitte die Stauzeiten? Oh Mann. Oh, du. In deiner kleinen Flugmaschine da. Ich putze dich vom Himmel. Guck. Siehste mal. So, und jetzt? Ist da vorne alles sauber? Mein Freund, der Roboter. Der irgendwie gar nicht das macht, was er soll. Oh, oh. Na komm. Äh, ich glaube, der hat sich irgendwie dahin festgelaufen. Doch nicht. So. Wo kommen die alle her? Ah, da oben. Also langsam wird das langweilig hier. Ich wäre mal für einen kleinen Gebietswechsel. Oh. Jetzt geht der Spaß da hinten wieder los. Boah, blast das Ding vom Himmel. Na, endlich. Jetzt geht's da auch schon wieder weiter. Ich mag dich. Hm. Und weil ich dich mag, machen wir jetzt noch ein paar Freaks platt. Äh, wenn wir sie finden. Ah, drum. Sind aber auch schwer zu sehen, die Jungs. Irgendwo sind hier noch ein paar. Ah, da. Und tschüss. Uh. Ganz platte Angelegenheit. Und weiter geht's. Wir müssen hier raus. Und kick it like Backham. Nein! Scheiße, das klingt übel. Oh nein. 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 Hm, Manu. Hm. Der Arme. Hat ihm so gut geholfen. Ich werde ihn nie vergessen. Hm. Ja, legen wir eine Schweigeminute für Tepsi ein. Okay, das reicht. Zu viele Tränen sind auch nicht wirklich männlich. Okay. Ja, was mag da in dem Loch auf uns lauern? Es sieht auf jeden Fall verdammt eklig aus. Das wird ein Spaß.